Akteure aus dem gesamten politischen Spektrum sehen den Staat zunehmend als legitime Institution zur Durchsetzung ihrer Partikularinteressen. Das schlägt sich nieder in wachsenden Staatsausgaben und einer hohen Regulierungsdichte. Dabei ist die Schweiz als Land ohne natürliche Ressourcen auf eine innovative Wirtschaft angewiesen und diese wiederum auf einen schlanken Staat. Darum sollte beispielsweise ein Finanzreferendum auf Bundesebene oder eine jährliche Sondersession als Löschwoche für überholte und teure Bestimmungen eingeführt werden.